Stopp, Freunde, bevor das Video beginnt, wollte ich nur mal kurz sagen, dass über 60% die diesen Kanal hier aktiv schauen und die Videos immer mit verfolgen, immer noch kein Abo da gelassen haben und falls du dazu gehörst, dann lass doch jetzt gerne ein Abo da. Aber auch heute grüßt natürlich wie in jedem Video eine Person und ins heutige Video hat es der liebe Igor geschafft. Und falls auch du mal beim Quanten ein kurzes Film dabei sein willst, dann lass jetzt einfach ein Like da, abonnier den Kanal und aktiviert die Glocke. Ansonsten ganz, ganz wichtig, ihr müsst mal im Discord-Server joinen, der erste Link ist in der Beschreibung. Und falls auch du mal gegrüßt werden willst, dann lass jetzt einfach ein Abo da und schreib einen netten Kommentar. Ich würde sagen, Kuss geht raus, gönnt euch das Video, bis zum Schluss. Los, 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 weiter, 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 weiter. Und, äh, wer bist du denn? Ey, wer bist du? Geh weg hier. Wie, wer bin ich, wer bist du, Mann? Ich, ich, ich bin hier mit meinen Freunden hingekommen. Hä, wie siehst du überhaupt aus, Mann? Was ist hier los? Ich weiß es nicht, ich bin hier schon seit mehreren Tagen und mein Bruder ist weg und ich suche ihn schon die ganze Zeit. Wie, wie, wie dein Bruder ist weg, Mann? Ähm, ich, ich bin hier mit meiner Crew hingekommen vor ungefähr drei Wochen. Wir haben dann einen Campingplatz. Bist du etwa die ganze Zeit hier in dieser kleinen Hütte? Nee, ich wurde die, ich, ich wurde die ganze Zeit von dem Siren Head oder so gefangen. Was für ein Siren Head, Mann? Weiß das auch nicht genau. Also, anscheinend ist hier in diesem Wald irgend so ein, so ein, ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine Art Körper, aber mit so Sirenen am Kopf. Ja, aber mit Sirenen am Kopf, was, was redest du für den Schwachsten? Aber genau sowas habe ich auch gesehen. Und ab und zu macht es so Sirenengeräusche, richtig? Ja, ich hab die schon sau oft gehört. Ich weiß auch nicht, warum das diese Geräusche gemacht. Ähm, okay, dann lass uns gemeinsam einfach rausgehen. Du kannst gern bei uns mitkommen. Du kannst dich bestimmt anschließen, okay? Ja, ich würde gern mitkommen, aber ich muss auf meinen Bruder warten. Der ist vor ein paar Tagen losgekommen und noch nicht zurückgekommen. Wie, du musst auf deinen Bruder warten? Also, es gibt noch mehr Leute hier, oder wie? Ja, ich und mein Bruder wurden hier beide hingebracht. Wir sind hier beide aufgewacht. Wir hatten uns hier dann dieses Haus eingerichtet, nachdem unser anderes Haus kaputt gemacht wurde. Das ist irgendwo in den Bern. Genau so war es bei uns auch. Wir hatten da einen Campingplatz. Ähm, okay, okay, hör zu, Mann. Ich bin Orksi, wie heißt du? Ich heiße Lukas. Lukas, hör zu, Mann. Wir können es zusammentun und gemeinsam hier rausfinden, okay? Wir schaffen das. Okay. Okay, okay, ich denke, die anderen werden dich auch ganz gut aufnehmen. Dann komm mal mit, Lukas. Ich hoffe, ich kann ihm vertrauen, Mann. Ähm, hör mir zu, Lukas, Mann. Ich muss dir etwas erzählen. Wir haben ein Auto gefunden und wir möchten hier irgendwie wegkommen, aber uns fehlt einmal Reifen, uns fehlt Tank und uns fehlt der Schlüssel. Hast du vielleicht irgendwas gesehen oder so? Ich kann mich noch erinnern. In der Nähe von unserer alten Wohnung, die zerstört wurde, war, glaube ich, so eine Art Werkstatt oder so. Da müsste bestimmt noch Öl sein. Ähm, bist du dir sicher, Mann? Also, dann fühl mich da mal hin, Mann. Wenn da wirklich Öl ist, dann können wir das bestimmt als Tank benutzen. Okay, okay, dann folg mir. Okay, okay, ich folg dir. Ich hoffe echt, dass ich ihm vertrauen kann, Mann. Er sieht zwar ein bisschen creepy aus, aber egal, ich muss ihm vertrauen, Mann. Hier hoch, oder wie? Ja, wir müssen hier den Berg hoch. Okay, perfekt, perfekt. Warte auf mich, ich bin nicht so schnell. Ich kenne den Ort hier noch nicht. Ich muss meine Fackel am besten wieder in die Hand nehmen. Alter, das ist ja... Habt ihr die ganzen Laternen hier hingebaut? Ich habe versucht, für andere Leute hier so einen Wegweiser zu bauen. Ist das nicht meine alte Wohnung? Ja, okay, okay, okay. Eure alte Hütte. Und hier befindet sich das Tank, oder wie muss ich das verstehen? Nein, nein, das ist nur die alte Hütte. Der Tank ist noch weiter oben, in der Werkstatt. Ach so, okay. Ich weiß echt nicht, ob ich ihm trauen kann, Mann. Ich muss ihm folgen, Mann. Mir bleibt keine andere Wahl. Okay, okay, okay. Weiter hoch, weiter hoch. Na los, na los, los. Hier, hier ist die Werkstatt. Alter, was ist das denn für eine kranke Hütte, Mann? Holy macaroni, sieht die krass aus, Mann. Okay, okay, ich komme hier rein. Okay, okay, perfekt, Mann. Da oben ist direkt der Tank. Den können wir direkt gebrauchen. Danke dir, Mann. Na los, na los. Öl, na los. Perfekt. Okay, ich habe es aufgesammelt. Ich habe es mitgenommen. Sehr gut. Okay, okay, perfekt. Dann, ähm, dann folgt mir einfach. Wir gehen jetzt zurück, ja? Komm mit. Wir sind Kissen und, und, warte mal. Sind das Donuts? Das sind Donuts. Was? Ich habe so lange keinen Süßen mehr gegessen. So lecker. Okay, ich glaube, ich bin hier sicher. Aber warte mal, Freunde. Wir sollten noch was suchen. Autoschlüssel, Reifen und Tank. Okay, Tank ist hier, glaube ich, nicht. Ähm, Reifen finde ich auch nicht. Vielleicht ist da ein Schublad ein Schlüssel oder sowas. Oh, warte mal. Hinter dem Bild. Ist das ein Schlüssel? Freunde, ich habe einen Autoschlüssel gefunden. Was? Ähm, ich muss das unbedingt Orxy und Emre zeigen. Ich gehe wieder runter und zeige das denen. Ich warte einfach hier vorne, bis die anderen kommen. Ähm, okay, hör mir zu. Hier vorne befindet sich direkt die Werkstatt. Und ist das Kevin? Ja, Kevin steht da direkt. Kevin, du lebst, du lebst, du lebst. Alles gut, Kevin. Hast du irgendwas gefunden, Bro? Äh, ja, ja, na klar lebe ich. Aber warte mal, wer ist das hier? Wie, wer ist das? Das, ach so, du kennst ihn doch gar nicht. Das ist Lukas, Mann. Er ist friedlich. Er ist auch ein Überleben da, wie wir. Nein, 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 nein. Orxy, komm mal her, komm mal her. Äh, ey, okay, okay. Äh, ey, der sieht nicht wirklich nett aus. Schau mal, der hat eigentlich so eine Kleidung. Ja, ich weiß es schon. Er hat mir erzählt, dass er sich seit drei Jahren hier befindet. Aber, aber wir können ihm vertrauen, ehrlich. Und, und er kann uns echt weiterhelfen. Er hat mir dabei geholfen, Öl zu finden. Hast du irgendwas gefunden? Ähm, ja, ich habe einen Autoschlüssel gefunden. Aber nicht, dass er ein Messer hinten ums den Rücken sticht. Nein, 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 ganz bestimmt nicht, Mann. Wir schaffen das schon. Ähm, Lukas, komm, stell dich vor. Äh, du bist doch nett, oder nicht? Ich bin nett. Schau. Okay, also, ich habe den Autoschlüssel. Du hast den Tank. Und jetzt brauchen wir nur noch die Reifen. Genau, genau, genau. Aber die Reifen haben wir nicht gefunden. Warte mal. Äh, wo ist eigentlich das Fake-Door, Mann? Das kann doch nicht sein. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Ähm, warte mal, wir haben uns ja aufgeteilt, weil ich hab dir den Autoschlüssel gesucht und er hat die Reifen gesucht. Mann, wo könnte er sein, Mann? Als ob er einfach jetzt verschwunden ist. Äh, ich dachte, ihr bleibt zusammen, Mann. Ich dachte, ihr bleibt zusammen. Nein, nein, nein. Nicht, dass ihm was passiert ist. Oh, Mann, oh, Mann. Was kann nun mit ihm geschehen sein, Mann? Warte, hörst du das? Du lebst, Bruder, du lebst. Was ist passiert? Was ist passiert? Da hinten ist ein Friedhof und da ist Siren Head. Wie, da war Siren Head? Wovon redest du, Bro? Da war doch bestimmt nichts, Mann. Oder meinst du das gerade ernst? Aber Siren Head, dieser Sirenkopf da. Nein, 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 Mann. Beim Friedhof oder wie? Aber hör zu. Das hast du dir doch nur eingebildet. Das hast du dir bestimmt eingebildet. Hör zu, Jungs. Ich hab Öl gefunden. Er hat die Schlüssel gefunden. Hast du irgendwas gefunden? Das Fake-Door, ich bitte dich, Mann. Nein, bei mir war nichts. Okay, okay, bei ihm war nichts. Dann brauchen wir nur noch die Reifen. Wer ist das? Ähm, das ist Lukas, Mann. Der ist nett. Ich hab ihn gefunden. Das ist auch ein Überlebender wie wir. Ach so, hallo, guten Tag. Ich bin Fake-Door. Hi, ich bin Lukas. Ja, Jungs, ihr könnt später noch über Barbie-Puppen reden. Na los, wir müssen jetzt die Reifen finden. Ich würde sagen, wir bilden eine Vierer-Truppe und gehen zusammen los, okay? Okay. Alles klar, dann kommt mit. Okay, okay. Okay, kommt mit. Hier oben müssen wir hoch. Na los, na los, na los. Und weiter. Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Vorsichtig, vorsichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt mit, Jungs, kommt mit. Wir müssen irgendwas finden, Mann. Wir müssen die Reifen finden. Es ist wichtig. Wartet mal. Eine Scheune, Mann. Jungs, Jungs, hier ist eine Scheune, Mann. Warte, warte, warte. Hier sind doch bestimmt irgendwo Reifen. Na los, schaut euch um, Mann. Wir müssen unbedingt die Reifen finden. Äh, Lukas, gehst du diese Scheune? Na los, na los. Hier irgendwo muss doch was sein. Okay, okay, sehr gut. Die anderen schauen sich jetzt auch um. Das Heck-Door geht da hoch. Vasili schaut da hinten. Irgendwo müsste hier doch was sein. Wartet mal. Was ist das hier bitte für ein Weg? Ähm. Ich schau mal, was ist das hier unten, Mann? Was ist das hier, Mann? Das ist ja voll komisch. Warte mal. Hier ist ein Weg durch, Mann. Das könnte es sein. Ey, Jungs, kommt, kommt, kommt. Jungs, ich hab einen Weg gefunden. Ich hab einen Weg gefunden. Ah, ich hab was gefunden. Komm mit, komm mit, komm mit. Äh, Jungs, kommt alle mit. Kommt alle mit. Komm mit, Jungs, ist ein Weg. Folgt mir, folgt mir, folgt mir. Wir werden hier bestimmt irgendwo Reifen finden, Mann. Dann los, dann los, Jungs. Wir werden hier... Warte, was ist das bitte für ein Weg, Mann? Ey, Oxi. Wo geht's hier bitte lang? Ja, ja. Sag vorsichtig, Mann. Ja, natürlich werde ich vorsichtig sein. Was denkst du denn? Ja, warte auf uns. Ey, Lukas, warst du hier schon mal? Ich war hier noch nie. Okay, komm mit, weiter, 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 Mann. Wir müssen unbedingt die Reifen finden, Mann. Das kann doch nicht sein. Was ist das hier bitte für ein creepy Ort? Ähm, warte mal, Lukas. Wie kommen denn die ganzen Laternen hier hin? Du meintest vorhin, dass du einige aufgestellt hast für Wanderer, die sich verlaufen. Und hier sind genau die gleichen Laternen. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, vielleicht war hier schon mal ein Wanderer oder mein Bruder. Stimmt, der hat auch welche verteilt. Ja, okay, okay, okay. Dann, dein Bruder, denkst du, dein Bruder war hier in der Nähe? Mein Bruder hat mir gesagt, er geht auf Verkundungstour. Vielleicht war er hier. Warte mal, wie sieht der aus? Er ist so relativ groß und ist so, eher so gelblich. Okay, Jungs, sehr gut. Dann kommt mal direkt mit. Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Hier vorne ist ein Maisfeld, Mann. Denkt dich, hier kann irgendwas sein? Ich weiß nicht, vielleicht ist hier irgendwo sein Bruder. Psch, psch, psch. Hört ihr das? Psch, was sind das für Geräusche, Mann? Jungs, ich würde sagen, man, lasst uns ins Maisfeld reingehen, Mann. Uns bleibt keine andere Wahl. Vielleicht finden wir da irgendwas. Okay, vielleicht finden wir hier seinen Bruder. Wir werden das schon hinkriegen. Na los, wir müssen weiter. Okay, ich mach die Fackel aus, Mann. Sonst verbrennt hier noch alles. Okay, okay, dann kommt mal mit, Jungs. Dann kommt mal mit. Wir müssen uns immer umschauen. Jungs, hier ist ein Weg, Mann. Wir können doch nicht alle den gleichen Weg gehen. Und hier ist auch noch ein Weg. Ich teile nicht die Wege auf. Was sollen wir machen? Wir müssen uns aufteilen. Hier sind zwei Wege. Ja, das ist eine gute Idee, Mann. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Na dann, wer läuft mit wem? Das ist hier jetzt die Frage. Ich will nicht alleine laufen. Okay, ich mit Kevin und du mit Ender, Lukas. Okay, okay, dann, Jungs, viel Glück, Mann. Viel Glück. Okay, Idiot. Ja, danke. Na los, na los. Ey, Lukas, Mann. Ich muss ehrlich sagen, wir müssen hier irgendwie sicher durchkommen. Denkst du, wir überleben das, Mann? Ganz vorsichtig, okay? Tschüss, tschüss. Okay, Kevin, wir müssen jetzt da lang. Ja, wir passen auf uns auf. Sicher? Ja, sicher. Okay, komm mit. Oh, Mann. Schau mal, hier sind überall Laternen. Denkst du, das ist von diesem Bruder, von diesem Lukas? Ja, das war safe. Dieser Flo, ne? Flo war sein Bruder. Flo war sein Bruder. Ja, genau. Oh, Mann, ich glaube, hier kann uns nichts passieren. Hier kann uns bestimmt nichts passieren. Nee, hier kann uns nichts passieren. Hier kann auch kein englisches Tier aus dem... Kevin, stell dir mal vor, da kommt jetzt jemand raus so. Ach, Mann, das wäre richtig schlimm. Okay, lass weitergehen, lass weitergehen. Komm, geh weiter, geh weiter, schnell. Mann, ich hab so alles. Ach, denkst du, wir werden hier irgendwas finden, Mann, Lukas? Wir müssen uns hier irgendwie umsehen. Halt alle Ohren und Augen auf. Ich schau in die rechte Richtung, okay? Sonst hier muss doch irgendwas sein, Mann. Irgendwas muss ich hier auch bestimmt befinden. Wo sind wir überhaupt, Mann? Schau mal, hier geht es nach rechts und einmal nach links. Wo ist überhaupt Oxy? Komm, lass mal hier durchgehen. Hörst du die? Hier ist kein weiterer Durchgang. Ach, Lukas, Mann, wir werden deinen Bruder ganz bestimmt nicht finden. Ich meine... Ah, was ist das, Mann? Das ist doch Siren Head. Aufpassen, aufpassen. Äh, warte mal. Was ist los? Wie, was ist los, Bruder? Da um ist Siren Head, Mann, aufpassen. Ah, äh, da oben. Oh, mein Gott. Nein, 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 nicht hingehen. Nicht hingehen. Was macht er da? Er will seinen Bruder retten. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, oh, er kreift dann. Boah, er fällt. Komm, 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 weg hier, weg hier. Durchs Gebüsch, durchs Gebüsch. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Komm, 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 komm. Wir sind Reifen, Mann. Nimm die Reifen mit, ich nimm die Reifen mit. Nimm die Reifen mit. Na los, na los, na los. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Weg hier, weg hier. Wo ist Kevin, Mann? Wo ist Kevin? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn verhoben. Rennen, 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 rennen. Komm, 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 wir müssen weg, wir müssen weg, Mann. Ey, was ist mit Kevin passiert, Mann? Was ist mit Kevin passiert? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir müssen die Reifen schnell einsetzen. Häh, häh. Ah, komm, komm, komm. Und hoch da und ah. Oh, was ist da passiert? Es hat funktioniert. Ja, wir haben es geschafft. Okay, okay, sehr gut. Dann müssen wir jetzt schnell ins Auto einsteigen. Komm, wir müssen weg. Warte, ich fahr das Ganze. Es klappt, es klappt, es klappt. Dann los, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Ähm, okay, dann lass ich jetzt ganz schnell losfahren. Warte, wer kommt da? Äh, Kevin, Kevin, du lebst, Mann. Du lebst. Steig ein, steig ein, steig ein. Kevin, wir müssen weg, Mann. Mach, beweg dich. Genau, genau, genau. Na los, na los, wir müssen wegfahren. Na los, wir müssen weg, hier, müssen weg, hier. Hinter uns ist Siren Head, Mann. Los, einfach, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Ah, wir kommen nicht weiter, Jungs, wir kommen nicht weiter. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Wir müssen irgendwie durchkommen. Äh, warte mal. Hinter uns, Jungs, hinter uns. Da oben ist Siren Head, Mann, da oben ist Siren Head. Siren Head, Mann, da oben ist Siren Head.